Hi, ich bin Rapunzel. Nun, ja, also eigentlich Raelle. So haben mich meine Eltern damals getauft. Mein bisheriges Leben in drei Worten? Einsam, eintönig und trist. Mom und Dad hielten es für das Richtige, wenn ich zuhause unterrichtet werde. So waren meine einzigen Kontakte meine Mom Annie, mein Dad Hinata, meine Grandma Ora und natürlich unser Familienhund Olaf. Jeden Morgen stand ich auf und stellte mich den neuen Herausforderungen, die mir meine Eltern auftrugen. Natürlich nur innerhalb unserer vier Wände. So habe ich auch jede Menge Zeit allein verbracht. Hierbei lernte ich viel über mich selbst und wer ich wirklich bin. Geboren wurde ich nämlich im Körper eines Jungen. Doch ich wusste schon immer, dass ich eine Frau bin. Die letzten Monate waren hart für meine Familie. Meine Grandma starb, weshalb meine Mom die Fassung verlor. Daraufhin ereilte Olaf dasselbe Schicksal und kurz darauf starb auch mein Dad. Mom kam mit dieser Situation nicht zurecht. Sie schickte mich auf ein Militärinternat, wo ich die nächsten drei Jahre bleiben soll. Aber ich weiß, dass mein Leben viel mehr zu bieten hat, als nur Disziplin, Ordnung und Fleiß. Mein Leben ist aufregend, mein Leben ist laut und mein Leben ist bunt. Genauso wie ich. Also lasst uns neu anfangen. Eine neue Lallenwand, frische Farbe und unbegrenzte Möglichkeiten. Und damit herzlich willkommen zu Part 1 von Let's Play Die Sims 4 Rapunzel Legacy. Wir sind jetzt tatsächlich hier in unserer sechsten Generation, glaube ich. Und der Disney Legacy. Also falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Nina. Hallo. Und wie gesagt, ist das jetzt tatsächlich schon die sechste Generation der Disney Legacy, die sich eben rund um Rapunzel drehen wird mit unserer wunderbaren Ray L. Wir haben letzte Woche die Annie bzw. Anna Legacy beendet von Frozen. Und das war eben die Mom von Ray. Und ja, jetzt bin ich ready für die Rapunzel Legacy. Ich weiß auch nicht, wieso das dieses Mal so schnell ging. Normalerweise haben wir ja immer ein bisschen Zeit zwischen den beiden Let's Plays. Aber ich hatte einfach so Bock auf die Geschichte von Ray. Also Ray hat einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich glaube, also die Geschichte ist jetzt schon so besonders. Und ich glaube, sie wird nur noch besonderer. Und da ich eh noch eine Menge erklären muss, würde ich sagen, starten wir rein in diesen allerersten Part der Rapunzel Legacy. Und ich wünsche euch unendlich viel Spaß. Kurz vorab, ich habe hinten auch noch einen Zopf, ne? Sieht irgendwie so, als hätte ich kurze Haare. Was nicht schlimm wäre, aber naja, wir sind hier zurück mit unserer wunderbaren Rapunzel, die sehr lange Haare hat. Also das ist Ray L., falls ihr sie noch nicht kennt. Ich habe den Namen jetzt erstmal gelassen. Wir haben ja ein bisschen überlegt, ob wir den Namen ändern sollen. Vor allem jetzt, wo Ray eben abgehauen ist. Also kurze Backstory für die, die Any Legacy nicht gesehen haben und das aus dem Intro vielleicht nicht ganz entnehmen konnten. Ray ist jetzt abgehauen. Sie ist eigentlich im Internat. Ihre Mom denkt, sie wäre im Internat. Aber sie ist von dort eben abgehauen, um das Beste aus ihrem Leben herauszuholen. Und genau, deswegen sind wir jetzt hier. Und da hatten wir dann überlegt, ob wir den Namen ändern. Ich habe ihn jetzt erstmal gelassen, einfach weil ich ihn so liebe. Ich liebe Rays Namen so sehr. Ein paar hatten Riley vorgeschlagen. Finde ich auch super cool. Ihr könnt mir gerne noch mal unter diesem Part schreiben, wie ihr das seht, ob wir den Namen ändern sollen oder nicht. Jetzt kommen wir zu den Änderungen, die tatsächlich jetzt noch kurzfristig stattgefunden haben. Denn im Intro habt ihr gesehen, wie Ray in den Baum gekraxelt ist, wo man dann eben zur Lichtung reist. Und eigentlich wollte ich ursprünglich auf dem Grundstück daneben spielen, sodass wir sagen können, okay, Ray versteckt sich dann immer in dem Baum und so weiter. Aber dann hatte ich noch eine viel bessere Idee. Denn die Rapunzel Legacy lebt ja quasi davon, bzw. Rapunzel Geschichte lebt ja davon, dass Rapunzel in einem Turm ist. Und ich weiß, sie ist sozusagen jetzt gerade schon aus dem Turm ausgebrochen. Aber wir sind jetzt auf dem Grundstück in Brindleton Bay beim Leuchtturm. Und ich fand das so geil, weil das eine einsame Insel ist. Also es ist eine komplett abgeschottete Insel. Sie kommt quasi aufs Festland nur, wenn hier mal eine Fähre fährt. Und ich fand das einfach sehr realistisch, weil das einfach ein Ort ist, wo sie auf keinen Fall gefunden wird. Wenn wir mitten in Willow Creek wären, ist das irgendwie so unrealistisch, dass da nicht irgendwer sich denkt, warum ist hier so ein Teenager ganz allein in einer Stadt neben einem Baum? Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie Touristen langlaufen, denken sich wahrscheinlich auch so, okay, warum lebt hier ein Teenager in einem Zelt? Also das Grundstück, was wir jetzt bewohnen, ist eben dieses hier. Aber keine Sorge, das ist nicht langfristig mein Plan. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Nina macht sich das Leben schwer. Ich sehe gerade, wir haben noch Geld. Das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Denn falls ihr mich noch nicht kennt, ich spiele am allerliebsten Rags to Riches. Ich starte jede Challenge mit Null Simoleons, weil das ist einfach meine Lieblingsspielart. Und ich mache mir, wie gesagt, das Leben immer gerne extra schwer. Also erst mal habe ich die private Behausung eingestellt, damit hoffentlich nicht so viele Leute hier spawnen, die hier rumlaufen. Außer ein paar Tiere, die können gerne hier rumlaufen. Und dann habe ich natürlich noch zwei Grundstücksherausforderungen eingestellt. Ist ja ganz klar. Auch wenn hier überall Laternen leuchten, hat man auf so einer einsamen Insel natürlich kein Netz, äh, kein Strom und kein Wasser. Deswegen sind wir abseits des Netzes. Ist ja ganz klar. Und rustikales Leben habe ich auch noch eingestellt, weil sie kann ja nicht einfach einkaufen gehen. So erstens mit welchem Geld und zweitens geht's halt nicht. Ist halt so. Nein, ich habe mir das jetzt erstmal so eingestellt. Das ist aber nicht der Plan für diese ganze Legacy. Also ich möchte nicht hier für immer bleiben. Deswegen habe ich auch so lange überlegt, wie ich es machen möchte und wo ich es machen möchte und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt, was mein Plan ist, wo ich gerne mit Rey hin würde. Dafür gehen wir einmal ganz kurz in den Weltenverwalten-Modus. Ich weiß, ne, der erste Part ist immer viel Erzählerei. Aber ich denke, das ist ganz cool, so als kleine Aussicht für die Zukunft, was ich mir so überlegt habe. Denn Rapunzel ist ja ein sehr kreativer Sim. Wir wollen mit Rey ganz viel mit der Kunstfähigkeit arbeiten und eben alles Mögliche, was man da so machen kann. Also auch, ähm, keine Ahnung, das mit diesem Graffiti und so. Das habe ich alles noch nie gemacht. Deswegen fände ich das super cool, wenn wir das dann mit Rey machen. Hier ist übrigens das Grundstück, falls ihr euch das gefragt habt. Das ist eben dieses hier. Und, äh, ja, dort, wo ich ursprünglich gerne hin möchte, ist tatsächlich nach Windenburg. Ähm, einfach, weil ich finde, dass es eine sehr inspirierende Stadt ist. Und ich finde, für einen künstlerischen Sim ist es einfach super, super schön und immer noch sehr zurückgezogen. Und ich habe so das Gefühl, das ist so das, was Rapunzel mag. Sie mag auch so ein bisschen das Stadtleben und das Aufregende. Aber trotzdem ist sie ja halt ein Einzelgänger und ein sehr introvertierter Sim und deswegen, also ich würde sie nicht als introvertiert bezeichnen, aber zumindest ambivertiert. Ähm, sie hat ja auch das Merkmal Einzelgänger und auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, sorry, ich rede wieder ohne Punkt und Komma. Das hier ist das Grundstück, wo ich gerne hin möchte. Das ist das Grundstück, wo wir schon mal in der ersten Generation einen Sim platziert haben, aber nicht gespielt haben. Peter hat hier gewohnt. Und ich finde dieses Grundstück einfach unendlich schön. Es gefällt mir so gut und ich finde, es ist einfach perfekt für einen künstlerischen Sim geeignet. Es ist natürlich jetzt Nacht, da sieht man nicht so viel. Aber ich finde, es ist einfach so mit das schönste Fleckchen Erde in allen Welten von The Sims 4. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, wäre das perfekt für Rey, so als Ausblick für die Zukunft. Weil ich mir nämlich auch so vorstelle, dass Rey relativ minimalistisch lebt. Also nicht im Sinne von, dass sie nicht, dass sie, also ich glaube, sie hat schon viel Zeug, aber auf wenig Platz. Also so stelle ich mir das zumindest vor, dass wir hier so ein richtig süßes Häuschen hinstellen. Wir haben ja auch keine Vorgabe für die Anzahl der Kinder. Das heißt, es steht uns völlig frei, wie viele Kinder wir in dieser Legacy bekommen möchten. Die einzige Vorgabe, die wir haben, ist, dass wir keine Freunde haben dürfen, bis wir heiraten. Außer natürlich den Sim, den wir heiraten, weil sonst können wir nicht heiraten. Und dann heiraten wir den Sim eben auch einfach vom Fleck weg, weil wir haben ja eh keine Freunde. Das sind so die Rahmenbedingungen für die Legacy. Um das dann auch nochmal erklärt zu haben, wie gesagt, es gibt ja immer Leute, die jetzt eben erst einsteigen und die Legacies davor eben nicht gesehen haben, was absolut kein Problem ist. Also ihr seid auch herzlich willkommen, eben jetzt diese Legacy als erste zu schauen. Genau, und hier seht ihr schon, wir haben eben das Einzelgänger- und das Kreativmerkmal. Das sind auch noch Vorgaben aus der Legacy. Spiel übrigens nach den ursprünglichen englischen Regeln. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen anders ist als das, was ihr kennt. Und ihr seht, dass Rey eine ganze Palette an Emotionen hat bzw. Merkmalen, weil wir eben die LGBTQ-Plus-Mod installiert haben und darüber gerade noch so ihre Transformation spielen. Also sie ist noch mitten in der Transformation. Sie hat auch gerade eine Hormontherapie, was super cool ist. Also sie nimmt Hormone. Ich sehe gerade, sie hat das hier gar nicht mehr angezeigt. Also müssen wir nochmal kontrollieren, ob das tatsächlich gerade noch der Fall ist, was eben gerade ihren Körper so alles ein bisschen verändert. Sie hat aber noch keine geschlechtsangleichende Operationen gehabt und so weiter. Und das wäre super cool, wenn wir das jetzt eben über die nächsten Wochen auch noch dann erledigen. Also dass wir dafür dann auch noch Geld sparen und so weiter, weil das natürlich auch etwas ist, was Rey sehr, sehr wichtig ist. Und genau, aber nur damit ihr wisst, warum sie so viele Stimmungen hat. Ach, guck mal hier. Hat eine Hormonersatztherapie gemacht. Also wahrscheinlich ist die einfach jetzt schon abgeschlossene, weil sie hat sich dadurch ja auch schon optisch super krass verändert. Ah ja, sehr cool. Okay. Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es dann an dieser Stelle auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch gefallen die Rahmenbedingungen. Ich habe mir eben überlegt, dass wir jetzt hier so ein bisschen so ein Camp aufschlagen, wie wir das immer gerne bei der Rex to Riches Challenge machen. Und dann haben wir hier eben auch keine Ambitionen, ein Haus zu bauen. So wann geht man quasi den Schritt vom Zelt zum Haus oder baut man direkt ein Haus, sondern dass wir jetzt hier drauf hinarbeiten, dass wir erstmal so die Basics haben, so ein Zelt und irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Kühlschrank oder sowas. Und wenn wir dann einen bestimmten Punkt erreicht haben, können wir uns dann eben das Grundstück in Windenburg kaufen. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, wie wir da vorgehen sollen, also wann wir das machen sollen. Das Grundstück kostet 1500 Simoleons. Sollen wir einfach sagen, sobald wir 1500 Simoleons erreicht haben, wechseln wir das Grundstück. Oder wenn Rey zur jungen Erwachsenen wird, wechseln wir das Grundstück. Also steht euch völlig frei. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare. Also ihr seid immer Teil der Geschichte. Deswegen lasst eure Kreativität da freien Lauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein. Das Gute an diesem Grundstück ist, dass wir direkt hier ein Klohäuschen haben. Rey muss nämlich auch von der langen Reise jetzt auf Toilette. Sie ist ja nachts aus dem Internat abgehauen und eben hat dann die letzte Fähre hier rüber genommen. Wer zur Hölle ist das? Es ist natürlich Lilith Vatore. Wer sollte es auch sonst sein? In jedem Let's Play müssen die einmal kurz auftauchen. Ist auch schön, dass du da ankommst, wo du jetzt denkst, okay, hier lasse ich mich nieder und dann kommt direkt mal so ein Vampir um die Ecke. Ja, genau. Auf jeden Fall ist sie eben dort abgehauen und jetzt ist sie müde, muss pipi. Ich glaube, wir legen uns jetzt vielleicht dann auch erst mal auf hier so eine Parkbank, dass sie die Nacht erst mal durchschlafen kann und sich denkt, was habe ich hier getan? Warum bin ich hier mitten im Nirgendwo auf einer einsamen Insel und meine einzigen Freunde sind Möwen? Achso, falls ihr euch übrigens noch fragt, was mit dem Hamster passiert ist. Sie hatte einen Hamster, der Pascal hieß. Den habe ich freigelassen und darüber hat sie sich riesig gefreut. Sie fand es richtig schön. Sie hatte davon auch so eine Emotion. War richtig toll. Nur damit ihr da auch abgeholt seid, weil dieses Spiel macht mich fertig. Ich wollte gerade sagen, weil wir nämlich planen, natürlich noch ein richtiges Haustier zu holen. Also ein Hund oder eine Katze. Später vielleicht sogar auch ein Pferd. Das wäre dann nur ein bisschen schwierig auf diesem Grundstück. Aber in der Rapunzel-Geschichte, also zumindest bei Neu verföhnt, gibt es ja dieses Pferd. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Ich muss unbedingt auch nochmal den Film gucken. Fände ich eigentlich auch cool, wenn wir dann nochmal ein Pferd haben, aber dann müssten wir halt auf ein anderes Grundstück. Wir könnten ja aber auch dann auf das Grundstück und sobald wir dann geheiratet haben und vielleicht Kinder kriegen, gehen wir dann nochmal auf ein anderes Grundstück. Und da wollen wir uns dann ein Pferd. Oder so, mal gucken. Naja, hier ist jetzt auf jeden Fall eine Katze. Oh, sie ist zum Glück, sie ist kein Streuner, aber die Katze heißt einfach Elliot. Oh mein Gott. Und für die, die eben die Legacy nicht gesehen haben, Ray heißt Ray L, weil ihr Onkel Elliot hieß. Sie ist nach ihrem Onkel benannt. Das war der Bruder von ihrer Mom. Und der ist halt eben leider auch schon verstorben. Auf jeden Fall ist das jetzt so süß, dass das erste Tier, was hier langläuft, einfach Elliot heißt. Das ist so niedlich. Warum kümmerst du, äh, warum sagst du nicht Hallo? Wait, habe ich Selbstständigkeit aus? Nee. Ach so, genau, das auch noch. Ich habe jetzt keinen neuen Spielstand gemacht. Ganz viele haben gesagt, ja, mach einen neuen Spielstand. Ganz viele haben aber auch gesagt, nee, mach keinen neuen Spielstand. Also es war sehr gespalten. Die Meinungen waren sehr gespalten. Deswegen habe ich jetzt erstmal keinen neuen gemacht. Hier wollen irgendwie jetzt ganz viele Leute kommen. Lass mich bitte alle in Ruhe. Ich möchte einfach hier ganz alleine sein. Lass mich alle in Frieden. Und die Katze möchte aber leider auch nicht mit uns in Kontakt treten. Das ist wirklich auch sehr schade. Aber was ich mir überlegt habe, was ich super cool fände, wäre, wenn wir halt unsere, äh, unsere Welt revampen. Ich habe schon ein paar Grundstücke aus der Galerie runtergeladen, die ich dann eben in der Welt platziert habe. Aber es wäre natürlich auch super cool, wenn ihr da noch eine Rolle spielt. Und dass wir das, äh, so ein bisschen anders machen, als wir das jetzt bei der Aura Legacy gemacht haben. Warum will sie jetzt nicht aufstehen? So viel zum Thema. Ja, der Spielstand ist ja noch nicht so verpackt. Wir brauchen keinen neuen Spielstand. Auf jeden Fall haben wir bei der Aura Legacy ja immer die einzelnen Grundstücke halt neu platziert. Und hier möchte ich das jetzt so machen, dass ich einfach an dieser Stelle einen Aufruf starte, dass ihr mir jegliche Grundstücke bauen könnt. Also alles, was ihr so in eurem Kopf habt, ne, was zu den jeweiligen Welten passt. Also komplett für die komplette Sims-Welt. Also es muss jetzt nicht speziell für nur Brillantin Bay sein, weil wir jetzt hier sind oder später dann Windenburg. Sondern, dass wir einfach überall richtig, richtig geile Grundstücke haben. Das können Bibliotheken sein, das können Gyms sein, das können irgendwelche Parks sein, äh, irgendwelche Aufenthaltssachen. Also egal, was das Herz begehrt, könnt ihr einfach dann unter dem Hashtag Simfinity Rapunzel hochladen. Und dann, ja, platziere ich eben eure Grundstücke. Und ich freue mich da einfach immer so riesig drüber, weil ihr einfach so unfassbar kreativ seid. Und, ja, deswegen freue ich mich, wenn ihr da Lust drauf habt, mir ein paar Grundstücke zu bauen und wir dann diese Welt eben ein bisschen neu gestalten können. Und jetzt will ich dieser Katze Hallo sagen. Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Ist seien es nur ein Hund? Ne, es ist noch eine Katze. Oh ne, oh ne, oh ne, warum, warum habe ich dieses Grundstück ausgewählt? Das sind alles, alles Streuner. Aber das finde ich auch toll, weil das sind dann einfach alle unsere Freunde und wir holen dann einfach auch so Näpfe und so, stellen, also wir adoptieren die natürlich nicht alle, auch wenn ihr euch das wahrscheinlich jetzt schon wieder alle wünscht. Und dann stellen wir uns so ganz viele Näpfe dahin, damit die alle essen können. Das finde ich toll. Das finde ich richtig, richtig toll. So, aber wir brauchen jetzt wirklich irgendwie ein bisschen Geld. Ich schaue mich schon die ganze Zeit um, aber, oh mein Gott, was bist du denn? Eine Katze, die Fidget heißt. Hat sie einen Pulli an? Oh ja, und Ray, du darfst natürlich Fitness mögen. Das ist absolut kein Problem. Oh mein Gott, Fidget. Ah, hier ist was zum Graben. Sehr gut. Das wird dann hoffentlich unser erstes Geld sein. Was ist das? Ratze Katzenminze. Ui, toll. Ui, toll. Und hier können wir nochmal graben. Hör mal, das Geld liegt wieder auf der Straße. Schön. Haben wir noch was im Inventar? Ah ja, okay. Also wir haben ein paar Sachen noch von zu Hause im Inventar. Ich glaube, die werde ich jetzt aber mal weglöschen, weil ich will nicht, dass mein Leben so einfach ist. Ein Glühwürmchen möchte ich behalten, weil, ja, das hat unsere Öms uns geschenkt, nämlich. Beziehungsweise ich glaube, sie hat uns die Biene geschenkt, ne? Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt ne Dings aufbewahren, ne Biene, weil das finde ich irgendwie ein bisschen barbarisch. Deswegen werden wir die Bienen alle verkaufen und ein Glühwürmchen behalten und das ist dann so unser Emotional Support Glühwürmchen. Das Kuscheltier behalten wir, weil das ist einfach dann irgendwie so süß. So. Und jetzt stellen wir unser Geld wieder auf Null. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt so, Nina, das sind doch deine Sachen, so, die kannst du doch verkaufen. Aber will ich halt nicht. Ich will, dass mein Leben schwer ist. Aber jetzt können wir hier unser erstes Geld verdienen, indem wir die Tuning-Teile verkaufen und haben so mit 20 Simoleons. Und Ray hat die Gartenfähigkeit erreicht. Ich hoffe, dass sie das mag, weil ich sehe sie irgendwie auch mit so einem richtig süßen Garten, vielleicht auch Hühnern und so. Das ist so das, wo ich Ray sehe. Guck mal, hier oben ist sogar auch ein Grill, was sehr cool für uns ist. Und man kann hier wirklich eine Menge graben. Also hier überall sind so, ich wollte gerade sagen Grabstätten, aber Grabstätten sind irgendwie nochmal was anderes. Und ich hatte auch überlegt, ob wir Ray vegetarisch machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ray eine Vegetarierin wäre. Und Hinata war ja auch Vegetarier, also ihr Dad. Und ich fände das eigentlich ganz süß, wenn sie das so mitgenommen hat, dass sie keiner fliege, was zu Leide tun möchte. Und sie fand jetzt gerade auch einen vergammelten Fisch im Boden. Aber immerhin bringt er uns sechs Simoleons. Das ist doch schon mal eine sehr gute Sache. Ja, aber hey, guckt mal. 46 Simoleons, die Katzenminze, nochmal neun Simoleons. Und jetzt macht sie erstmal ihre Hausaufgaben. Ist doch schön. Also das sind natürlich jetzt hier erstmal so die gängigen Anfänge, die man halt bei Rags to Riches immer so macht. Ich plane ihr so schnell wie möglich natürlich auch eine Staffelei zu kaufen, weil noch eine Voraussetzung, die wir aus der Legacy haben, ist, dass sie Level 8 der Malereifähigkeit haben muss, bevor sie zur jungen Erwachsenen wird. Ich zeige euch auch gerne mal, genau, nächste Woche Mittwoch wird sie zur jungen Erwachsenen. Also sie ist jetzt noch ein Teenager. Genau, und bis dahin müssen wir eben Level 8 der Malereifähigkeit erreicht haben. Sollte jetzt nicht so schwierig sein, aber das ist natürlich wichtig zu wissen. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch eine Leinwand. Edelsteinkundefähigkeit erworben. Das könnten wir natürlich jetzt bei Ray auch mit einbauen, dass sie immer so Schmuck herstellt. Weil mein Plan ist es nämlich, dass sie immer so super bunt, also dass sie einfach so eine super bunte Maus ist. Theoretisch können wir jetzt ja bei ihr auch schon so ein bisschen anfangen mit dem Make-up, weil sie ist jetzt, sie sieht ja schon sehr viel weiblicher aus und hat eben auch sehr weibliche Gesichtszüge und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt eben so denkt, dass sie das Ganze noch mehr hervorheben möchte durch verschiedenes Make-up. Weil ihr müsst wissen, meine Sims haben nie Lidschatten. Nie. Und ich finde, Ray ist ein Sim, wo wir das mal ein bisschen mehr auskosten können. Dass sie vielleicht halt immer so bunten Lidschatten trägt. Ich fände irgendwie auch solche Sachen voll cool, dass sie halt solche Lidschatten auch trägt. Weil sonst hat nie irgendwer so ein Make-up. Und ich finde das aber eigentlich voll cool. Oder halt, keine Ahnung, hier so mit so einem Inner Corner im Bund. Finde ich auch richtig süß. Was hat sie denn für ein Outfit? Obwohl ich das Gelbe eigentlich schon richtig süß finde. Das hatte ich auch schon mal angeklickt und habe es dann aber wieder weggemacht. Ich finde das irgendwie geil, oder? Auch wenn das mit ihrer Augenfarbe jetzt nicht so matcht. Man sagt ja immer eher lila zu grün. Das sieht natürlich auch geil aus. Und ich glaube, ihr habt mir auch geschrieben, Nina, lila ist doch auch die Farbe von Rapunzel. Ich denke irgendwie mal in Gelb wegen der blonden Haare. Und deswegen assoziiere ich irgendwie mal Gelb mit Rapunzel. Aber das sieht natürlich auch sehr cool aus. Ich glaube, das machen wir so. Und dann haben wir noch dieses Outfit. Das finde ich auch so geil. Das ist natürlich auch ein super süßes Make-up. Das habe ich mal runtergeladen und noch nie genutzt. Da wäre Ray natürlich jetzt die beste Kandidatin für. Ich weiß, das sieht auch ein bisschen freaky aus. Aber irgendwie, also sie ist halt auch eher ein sehr künstlerischer Sim und so extravagant, sag ich mal. Und ja, deswegen finde ich das irgendwie cool, wenn sie sowas tragen würde, oder? Ich glaube, ich mag's. Zumindest machen wir das jetzt mal bei den zwei Alltags-Make-ups. Das können wir ja über die Zeit immer noch ändern. Aber jetzt haben wir erst mal schon mal so ein ganz kleines bisschen Make-up. Und ach, toll. Ja, so Problem ist, dass wir jetzt auch langsam ein Hüngerchen kriegen. Und ja, Frau Sinfinity gesagt hat, nee, wir essen ja kein Fleisch. Wir sind Vegetarier. Meine einzige Möglichkeit, jetzt hier irgendwie gerade an was zu essen zu kommen, wäre, einen Fisch zu fangen und den dann zu grillen. Weil, wenn wir nämlich jetzt hier auf Grillen drücken, können wir nichts machen, weil wir halt nichts haben. Weil wir halt abseits- bzw. rustikales Leben aktiviert haben. Das ist natürlich jetzt äußerst belastend. Ich glaube, wir müssen aufs Festland, Leute. Was ist das hier? Nochmal Katzenminze. Aber die können wir ja zumindest mal ernten. Und die guten alten Frösche, Leute. Die guten alten Frösche können einem auch immer das Leben retten. Die sind immer super für den Anfang. Was ist das denn? Hier war ich ja noch nie. Ein Tierfriedhof. Hä? Leute, also manchmal, manchmal denke ich mir auch so, das, was ihr immer denkt. Nina, du spielst seit so vielen Jahren hauptberuflich dieses Spiel. Wie kann es sein, dass du diese Orte noch nie gesehen hast? Ey, ich war auch schon beim Leuchtturm, aber ich habe noch nie diesen Tierfriedhof gesehen. Das ist ja ultra süß. Also man kann ja natürlich nichts machen, weil es ist ja immer noch Sims. Aber wie süß. Ach, I can't. Vielleicht kann man ja doch was machen, nur ich weiß es nicht. Können die mir gerne mal schreiben. Ach, aber das ist, finde ich, sehr niedlich. Ach so, ich habe Ray jetzt übrigens wieder an der normalen Schule eingeschrieben. Wollen wir das so lassen? Wollen wir sie aus der Schule herausnehmen? Oder wie wollen wir es machen? Weil ihre Mom denkt ja eben, sie wäre noch im Internat. Also sie ist da ja theoretisch noch angemeldet. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal jede Menge Sachen, die wir verkaufen können. Jede Menge auf jeden Fall. Wie viel ist das wert? Ah, super. Und wir haben einen Surfer-Blattfrosch erhalten. Den verkaufen wir jetzt auch mal, weil wir können hinterher immer noch züchten. Okay, wir haben jetzt 133 Simoleons. Ich glaube, damit können wir uns noch nichts kaufen, aber hier können wir noch mal buddeln. Also diese... Mann, das heißt nicht Grabstätten, Nina, aber diese Haufen spawnen hier auf jeden Fall sehr häufig. Das ist sehr, sehr cool. Und das wird hier schon bewacht von Kelly. Da können wir dann direkt auch mal Hallo sagen. Oder auch nicht, sie rennt weg. Okay, wir haben ein Fossil gefunden. Bitte komm, bitte. Gib mir was Gutes. Oh, natürlich. Ein prähistorischer Stein. Das Spiel hat sich auch einfach so gedacht, Nina, du magst doch Steine. Ja, also das Zelt kostet 420 Simoleons. Das ist auf jeden Fall noch ganz weit entfernt von dem, was wir hier machen können. Und wie gesagt, essen können wir jetzt leider auch irgendwie noch gar nicht, weil wir halt nichts haben. Und wie gesagt, sie soll halt Vegetarierin sein. Ach, warum mache ich mir das Leben immer so schwer? Wir holen uns jetzt mal so ein Gemüse-für-Einsteiger-Paket und hoffen einfach, dass da was drin sein wird, was gerade in der Saison ist. Komm schon. Ja, Karotte und Zwiebel. Spawn die automatisch in der Saison? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Guck mal, wir haben einfach nichts auf unserem Grundstück, außer sechs Karotten. Da war voll viel drin. Hey, der Witzger. Und vier Zwiebeln. Also es wird jetzt einfach immer, was könnte man daraus machen? So eine Art Reibekuchen. Es wird jetzt jeden Tag Reibekuchen geben. Geraspelte Karotte mit Zwiebel. Lecky. Aber das ist ein super guter Anfang. Ich meine, der Herbst hat wahrscheinlich, ah doch, er hat gerade angefangen. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der Winter morgen schon anfängt. Das wäre äußerst fatal. Aber es ist noch recht warm hier in Brindleton Bay. Deswegen muss Rei sich da jetzt noch nicht so viele Gedanken machen. Ich weiß, du hast Hunger, aber wir müssen jetzt noch ganz kurz unsere Pflänzchen gehen. Guck mal. Wow. Wir sind einfach die Profi-Survivalisten. Ja, ich weiß, du hast Hunger und du bist müde. Genau. Mach erstmal deine Hausaufgaben. Nee, hör mal kurz auf, deine Hausaufgaben zu machen. Nina muss jetzt kurz denken. Ich glaube, wir düsen jetzt einmal zum Festland und dann holen wir uns da an so einem Stand was zu essen. Wenn wir hier nämlich hingehen. Guck mal, wie unser Grundstück aussieht. Gibt es dort nämlich so einen Essensstand. Okay, here we are. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir ja hier auch noch ein paar Sachen, die wir ausgraben können. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine Essbude und da können wir... Also ich weiß, das ist jetzt nicht schlau. Warum gibt es hier nur Sachen mit Fleisch? Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel mobbt mich schon wieder. Hier hat einfach Ella gewohnt. Guckt mal. Das war der Turm von Tiana. Oh mein Gott, sweet. Naja, aber das ist jetzt nicht hier unser Problem, sondern unser Problem ist, dass wir nichts zu essen haben. Was ist das hier? Da können wir graben. Ja, aber wir können jetzt gerade nicht graben. Hier können wir auch graben. Erdbeeren außerhalb der Saison. Oh mein Gott. Weil ich würde jetzt zunächst schon ganz gerne hier in Brindleton Bay bleiben und jetzt nicht überall in der Weltgeschichte rumdüsen. Weil ihr wisst, ich will, dass es ein bisschen schwer ist. Nicht, dass es nicht auch so schon schwer wäre. Okay, dann müssen wir vorne an die Bucht. Ist ja vielleicht auch ein bisschen realistischer, dass wir halt mit der Fähre dann hier hinfahren und dann essen wir hier was. Oh mein Gott. Okay, here we are in downtown Brindleton Bay und wir hoffen jetzt einfach mal. Ja, da gibt's doch nur Fisch, oder? Ja, natürlich. Wie, wieso, bin ich auch in ein Fischerdorf gegangen, frage ich mich. Ja, und hier haben doch wieder alle Buden zu, ne? Weil auf so Grundstücken spawnen da irgendwie mal keine Verkäufer bei mir. Müssen wir jetzt ernsthaft hier was in einem Katzencafé kaufen. Ja, dann holen wir uns halt jetzt ein Croissant. Oh mein Gott. Aber drei Simoleons sind immerhin recht günstig. Hallo, ich hätte gerne ein Crochon, bitte. Ein Crochon zum mitnehmen. Und bitte sagen Sie niemandem, dass ich hier war. Okay, dankeschön. So, gibt's denn sonst noch hier irgendwas, was man hier jetzt mitnehmen kann? Da! Also im Brindleton Bay kann man echt viel graben, ne? Ne, 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 du sollst ja erst dein Crochon. Guck mal hier, iss dein Crochon, bevor das jetzt irgendwer klaut. Mhm. Krapunze, das Leben wird besser werden. Ich verspreche's. Hallo Katzi, Bronco. Oh mein Gott. Ach, ich lieb doch Katzen, Leute. Ne, ne. Oh. Oh. Sie hat sich einen Kaffee geklaut. Das geht ja schon gut los hier. Äh, ich will nur noch mal kurz sagen, dass es nicht meine Schuld war, ne? Also ich hab das nicht gedrückt. Vielleicht hat sie sich den auch gekauft, als ich nicht hingeguckt hab oder so, aber naja, wir gehen mal kurz hier eine Runde buddeln. Warum finden wir eigentlich nur diese Tuning-Teile? Das ist, äh, eine Verschwörung. Es ist eine Riesenverschwörung. Welcher Film, Leute? Welcher Film? War's das? Ja, ich hab, äh, die ganz große Sorge, dass es hier jetzt echt nichts mehr zu holen gibt. Okay, dann, äh, laufen wir jetzt natürlich zu Fuß nochmal, äh, auf die andere Seite von Brindleton Bay, wo wir eben waren. Auch wenn wir total übermüdet sind, aber wir müssen und werden dann dort eben die ganzen Sachen, die es dort noch zu buddeln gab, ausbuddeln. In der Hoffnung, dass, äh, da irgendwas brauchbares bei ist, weil vielleicht macht es ja dann mehr Sinn, dass wir uns direkt ne Staffelei holen, weil über die Staffelei können wir dann ja Geld bekommen über die Gemälde. Das ist einfach wieder die Businessfrau von Simfinity. Aber ich lass mich halt immer so süß von diesen süßen Katzen ablenken. Guck mal, Simon. Simon ist ne Scottish Fold, das sollte man auf keinen Fall unterstützen im Real Life, aber zum Glück ist das hier ein Spiel. Hier, buddeln. Ich weiß, du bist müde, Maus, aber du hast dir dasselbe ausgesucht. Eine Zeitkapsel. Okay, wir verkaufen sie so, weil ihr wisst, wenn wir sie aufmachen, haben wir meistens Pech. Da ist noch was zum buddeln, hier ist noch was zum buddeln. Oh mein Gott, ihr geht so schlecht. Komm schon. Ne, lass die Frau da in Ruhe. Guck mal, wir finden nur Tuning-Teile. Ach du heiliger Strohsack. Warum geht's uns so schlecht? Ahhhh. Ray, ich bin nur nicht fertig. Hier sind überall noch Sachen. Ist hier ein Klo? Ein Klo macht uns alle froh. Da schafft sie es doch jetzt eh nicht hin. Wetten, sie pieselt sich vorher ein. Oh ne, drei Stunden erst. Ja, super. Ja, wollen wir dann jetzt hier kurz einen Nap machen? Ja komm, wir machen hier einen kurzen Nap. Absolut stinkend auf der Parkbank. Also, this is the life, Leute. Living her best life. So hat sie sich das vorgestellt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wow, das war der beste Nap, den man sich hätte vorstellen können. Aber dann geh doch jetzt mal ganz kurz hier hin und grab da. Dann ist hier... Ah ja, Ray fühlt sich natürlich zu unwohl. Aber diese Sachen können wir zum Glück ausgraben. Oh Gott, geht's uns schlecht. Okay, wir haben Fossil. Komm schon, komm schon, komm schon. Ahhhh. 45 Simoleons. Naja, und das hier können wir verkaufen. Wir haben die 300 Simoleons geknackt. Wir sind einfach toll. Ja, gut. Müllfrucht könnten wir mitnehmen. Vielleicht können wir die essen. Ejo. Ja, okay, warte mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, wie viel denn eine Staffelei kostet. Okay, eine Staffelei können wir uns schon leisten. Ach du Heilige. Ja, gut. Ach nee, wir haben 25. Oh mein Gott. Okay, wir können sie uns noch nicht leisten, aber wir können sie uns fast leisten. Ähm, warte mal. Ray, kannst du nicht ganz kurz im Regen duschen oder regnet's dafür nicht genug? Na, hab ich mir schon was gedacht. Dafür regnet's leider nicht genug. Ja, dann gehen wir jetzt schon mal ganz kurz zurück nach Hause und dann hoffen wir, dass vielleicht bei uns irgendwas gespawnt ist. Und dann können wir nämlich die Sachen verkaufen und dann können wir uns die Staffelei kaufen und dann wird alles gut, Leute. Dann wird alles super. Oh mein Gott, ich bin so ready für diese Legacy. Ich hab halt schon so einen Traum vor Augen, ne? Wie sie dann so ihr kleines, süßes Häuschen hat mit ganz vielen Fenstern, Licht durchflutet und dann steht sie immer da und malt. Sie hat ja auch das Bestreben herausragender Maler. Also, ach, das wär schön. Das wird schön, Leute. Okay, unsere Karotten haben noch gar nichts getan. Hab ich jetzt aber auch nicht so erwartet. Okay, geh mal kurz hier ein bisschen schlafen. Oh, sie muss ja jetzt zur Schule gehen, ne? Okay. Nee, nee, nee. Ray, warte, warte. Nein, bleib hier. Ich hab ein bisschen Angst, dass sie von der Schule fliegt. Sie ist einfach nur für eine Verschülerin. Aber geht heute nicht. Geht heute echt nicht. Wie soll sie so zur Schule gehen? Vor allem, ja, wir haben die Frage ja auch noch nicht geklärt, ob sie überhaupt zur Schule gehen soll oder nicht. So, komm. Ein Kalkstein. Lass das bitte unsere Staffelei sein. Ja! Die Raptor-Kralle, Leute. Die Raptor-Kralle war's. Jetzt, guck mal, wir machen hier die Essentials. Guck mal, hier ist unsere, unser Glühwürmchen. Toll, freuen wir uns. Sie kann sich das nicht mal ansehen, weil sie sich so unwohl fühlt. Und jetzt brauchen wir eine Staffelei. Schön. Die ist natürlich ein bisschen toller, ne? Aber die können wir uns nicht leisten. Wir holen uns eine blaue. Das ist ein Ray-Thing, glaube ich. So, wie, wo ist denn der inspirierende Blick? Guck mal, hier so auf den Leuchtturm. Das ist so unser Lager. Oh Gott. Hier vorne gibt's dann halt, ne? Da kann der Postbote unsere Post bringen. Ja, 45 Simoleons haben wir noch. Was können wir uns leisten? Gar nix. Einen Stuhl können wir uns kaufen. Nina, wir kaufen gar nix. Wir sparen jetzt auf ein Zelt. Die Frau macht mich fertig. Ich meine, er redet übrigens über mich, ne? Ja gut, was soll ich denn jetzt? Also, sie kann ja jetzt nicht malen, weil sie so sauer ist. Oh, das Leben ist doch einfach toll, Leute. Das Leben ist schön. Ray, geh doch mal hier. Geh mal in dein Lager. Guck dir mal dein Lager an. Ist das nicht toll? Wie? Warum guckst du denn so? Ray, ich finde das, was du dir hier aufgebaut hast, ist schon richtig toll. Ich meine, du stinkst, ja. Und du hast kein Bett und du hast nichts zu essen. Verstehe ich, dass du ein bisschen schlecht gelaunt bist. Aber das Leben wird einfacher werden. Versprochen. Leute, versprochen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich diesen ersten Part. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den zweiten Part. Vielleicht nehme ich den jetzt einfach direkt danach auf und kann euer Feedback dann im dritten Part berücksichtigen. Wenn ihr noch Ideen und Vorschläge für die Geschichte von Rapunzel habt, schreibt es natürlich super, super gerne in die Kommentare. Ich freue mich da riesig drüber, wenn ihr an der Geschichte teilnehmt und ja, wir Rays Zukunft formen sozusagen. Und sagt mir natürlich auch gerne, was ihr über meine Pläne denkt. Also, ob ihr denkt, das sind gute Ideen oder eher weniger gut. Dann könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne schreiben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderwunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi! Mwah! Mwah!